Wir sind nicht irgendwo und wir sind nicht irgendwer. Hier sind wir zu Hause. Hier produzieren wir. Von hier kommen unsere Dienstleistungen. Es sind unscheinbare Metallteile für Kunden, zum Beispiel in der Automobilbranche, im Maschinenbau, in der Medizintechnik. Und was passiert bei uns in diesen Hallen in Berlin-Adlershof? Unsere Mitarbeiter entwickeln und konstruieren, simulieren und automatisieren. Bauen Werkzeuge und Vorrichtungen, stanzen und zerspanen. Und das alles an einem Standort. Auf 9000 Quadratmetern in Berlin-Adlershof, im größten Technologiepark Deutschlands. Direkt neben Wissenschaft und Forschung. Engineering und Metalltechnik in einer Firma. Das kann Ahlberg so gut wie kein anderer. Bei Ahlberg kommen Filigranes und Großes zusammen. Handarbeit und CNC-Techniken. Auszubildende und erfahrene Kollegen. Vertrauen und Partnerschaft. Diese Halterung durchläuft bei uns alle Stationen. Nach der Projektanfrage folgen Konstruktion und Simulation. Dann bauen wir Werkzeuge und Vorrichtungen. Automatisierte Fertigung mit der CNC-Maschine ist der nächste Schritt. Damit beginnt die Serienfertigung. Dazu gehören das Stanzen, Pressen, Biegen, Schweißen. Wir liefern präzise Handarbeit. Schließlich kommen fertige Teile in die Qualitätskontrolle, werden 3D-vermessen und ausgeliefert. Ins In- und Ausland. Wir von Ahlberg sind eine bunte Truppe. 170 Mitarbeitende bei uns werden 17 Sprachen gesprochen. Unsere Azubis lernen Zerspanungsmechaniker und Werkzeugmechaniker. Wir bieten ihnen nach der Ausbildung einen sicheren und spannenden Arbeitsplatz. Beliebt ist unsere Kantine. Jeden Tag wird hier frisch gekocht. Ahlberg in Berlin-Adlershof. Hier sind wir ganz dicht dran. An der S-Bahn, an der Tram, an der Autobahn, am Flughafen. Und? Geht das jetzt immer so weiter in unserem Familienbetrieb? Ja, wir stehen für Wachstum, Kontinuität, Vertrauen. Sohn Fabian wird die Firma übernehmen. Vater Mario ist sicher, dass es gut weitergeht und das Familienunternehmen immer stärker wird. Made in Adlershof. Von hier kommt unser Qualitätsversprechen. Klingt einfach, ist aber so. Wir sind besser. Wir sind besser. Wir sind besser. Wir sind besser.